Du hast 10 Minuten auf mich gewartet, weil ich zu spät war. Entschuldigung nochmal. Die sind alle zu dir gekommen und wollten dich klären. Dann hast du so gesagt, nee. Ich warte auf meinen Freund. Das kannst du jetzt nicht mit reinnehmen, weil dann ist es wieder gerichtet. Ach so. Ist die deine Freundin? Wir sind befreundet. Bros klingt echt hart. Wirklich? Sag mal, wir sind in der Kennenlernphase. Um Bros zu werden. Yo, David. 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 Mein Beileid. Irgendwann hast auch du bestimmt Glück in der Liebe. Bin ich mir sicher. Irgendwann. Glück in der Liebe. Bin ich mir sicher.